Ihre persönliche Schaltzentrale für alle Mehrwertleistungen rund um Ihr Girokonto. Für die Nutzung aller Vorteile müssen Sie sich einmalig online im Kundenportal Ihrer Sparkasse freischalten. Gehen Sie auf www.sparkassen-kundenportal.de und wählen Ihre Sparkasse aus. Dort gelangen Sie mit einem Klick auf den Button Jetzt freischalten zur Anmeldung. Nehmen Sie für die Freischaltung Ihre Sparkassen-Card zur Hand. Im ersten Schritt geben Sie IBAN, die Kartennummer und Ihr Geburtsdatum ein. Im zweiten Schritt legen Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem persönlichen Passwort Ihre Zugangsdaten fest. Bevor Sie den Freischaltungsprozess abschließen können, werden Sie noch einmal gebeten, Ihre angegebene E-Mail-Adresse zu überprüfen. Vergessen Sie nicht, den Online-Newsletter zu abonnieren, damit Sie künftig über alle Vorteile informiert bleiben. Im dritten und letzten Schritt erhalten Sie eine E-Mail mit einem Aktivierungslink. Bitte klicken Sie auf diesen Link, um Ihre Freischaltung abzuschließen. Wenn Sie keine E-Mail in Ihrem Posteingang erhalten haben, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner. Wenn Sie Online-Banking nutzen, funktioniert die Freischaltung auch direkt aus Ihrer Banking-Anwendung. Sie melden sich wie gewohnt zum Online-Banking an. In Ihrer Übersicht zum Finanzstatus finden Sie den Hinweis auf das Kundenportal Ihrer Sparkasse. Dort klicken Sie auf den Button Jetzt freischalten, hinterlegen Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihr persönliches Passwort und führen die gerade dargestellten weiteren Schritte aus. Herzlich willkommen und viel Spaß im Kundenportal Ihrer Sparkasse.